Den Anstabwettbewerb hat gewonnen Patricia. Was? Nein, aber... Emily ist tot. Tut mir leid, Patricia, du kannst gehen. Patricia, gib das her! Melissa! Warum hast du mein Handy aus dem Fenster geworfen? Sag mal, hast du nicht mal alle Tassen im Schrank? Nein, guck doch, Handys sind verboten. Was aber, das können sie doch nicht einfach machen. Ich brauche mein Handy, mein Handy ist mein Leben. Ja, ich weiß aber, willst du sterben oder ohne Handy leben? Ich möchte sterben. Los, komm, wir müssen zum Unterricht. Okay, wer von euch Rabotten hat ja ein Handy? Patricia, warum guckst du so schuldig? Na, weil es mein Handy ist. Was? Aber ich habe es aus dem Fenster geworfen. Ja, aber es ist nur heile, es lag im Busch. Okay, wir werden jetzt alle eure Taschen durchsuchen. Melissa, ich will nicht sterben.